Die Eco-Smart-Pause ist auf dem Vormarsch. Wir fragen Leute nach ihren Erfahrungen. Ja, meine Eltern haben einen Eco-Smart-Duschkopf gekauft und erst habe ich mich darüber lächerlich gemacht. Das ist doch Quatsch und bringt alles nichts. Aber dann habe ich jetzt gemerkt, wir sparen sehr viel Wasser und das spart uns auch Geld. Der Eco-Smart-Duschkopf ist genial, weil ich spare Wasser, ich spare Energie. Ich spare bis zu 60 Prozent des täglichen Wasserverbrauchs während des Duschens. Und genau so bald wird es allgemein klar sein, dass wir das Wasser sparen müssen an allen Fronten. Und diese Front fängt bei uns zu Hause an. Und ich denke, es ist meine Bürgeraufgabe, Wasser zu sparen. Eco-Smart-Pause ist ein Genuss, der wirklich Gutes tut. Der Eco-Smart-Duschkopf bereinigt nicht nur meinen Körper, sondern auch mein Gewissen, weil ich eben 60 Prozent Wasser spare mit diesem Duschkopf. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020